hallo herzlich willkommen zur heimhunds barbecue workshop heute gibt es mal wieder was vom gas grill ja wir werden heute in meinem dutch oven für arme was machen und zwar machen wir mein lieblingsrezept gulasch gulasch ist oberlecker ja und wenn ihr wissen wollt wie ich das mache da müsste einfach nur dran bleibt ja was brauchen wir denn jetzt alles für unser gulasch ja für unser gulasch so wie ich jedenfalls mache und so wie ich mag auch mal paprika die mengen müsst ihr jetzt nicht so eng sehen da könnt ihr ein bisschen variieren tomaten gehören rein natürlich reichlich zwiebeln für den geschmack ja ganz wichtig gurken und auch hinterher gurkenwasser ja das ist ja um die säure ein bisschen dazu heben ja salz pfeffer natürlich das ist klar ich habe hier noch so ein bisschen harissa paste für ein bisschen mehr schärfe da rein zu kriegen ja und dann habe ich natürlich das fleisch ich nehme falsches filet ja dann ist recht mager aber ich mag das halt so wer nicht ganz so mageres fleisch haben will ja der nimmt sich halt ein anderes fleisch aber kostet 6 990 das ist jetzt nicht die welt 7 euro 60 für so ein großes stück fleisch finde ich jetzt günstig ja und jetzt wenn man das ganze schön ja die 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 paprika klein schneiden die tomaten klein schneiden die zwiebeln klein schneiden naja und ein bisschen von dem fleisch die sehnen dann noch entfernen ja und dann geht's schon los so bevor ich jetzt mit dem schnippeln anfangen da ist am regnen er bis auf dem tisch drauf obwohl ich ein vordach habe ist egal bevor ich jetzt anfangen hier schmeiße ich schon mal den grill an damit ich ein ein bisschen temperatur schon bekomme so ja das gemüse ist natürlich schon gewaschen das ist klar ja und jetzt schneiden wir erstmal unser falsches filet in schöne stücke ja das kann man immer super nutzen hier für die klein geschnittenen fleischstücke reinzuschneiden und hier könnt ihr jetzt schon sehen da ist überhaupt nichts groß an fett dran ja eigentlich das ideale fleisch dafür so und jetzt schneiden wir das einfach in schöne stücke so in der größe hier ja und vielleicht ist wirklich astrein habe ich dann habe ich gestern habe ich das geholt vom handelshof ist das jetzt und der war ja nicht teuer kilo 6,99 euro außerdem wenn wirklich eine sehne drin ist also beim beim falschen filet ist immer eine sehne drin hier die könnte jetzt schon hier so sehen die könnte ich jetzt raus schneiden dadurch dass das fleisch aber sowieso gut zwei stunden gart ja ist die sehne hinterher die ist so ich könnte einfach ignorieren da ist ja nichts hier das stück hier das kann man noch mal weg schneiden hier also das falsche filet sieht aus wie ein filet ist aber nun mal nichts was mit filet zu tun hat das ist ein bisschen grobfassiger vom fleisch aber für gulasch finde ich das hervorragend wenn ihr jetzt mal dieses abgepackte gulasch seht was ihr manchmal zu kaufen könnt ja das ist eigentlich richtig schrott dagegen hier ist eine sehne da die dies wirklich hart die will ich nicht haben die schneiden wir jetzt mal weg ja das ist wirklich ein hartes stück hier guck mal weg und jetzt können wir uns das angucken ey guck mal hier das sieht wirklich astrein aus ja das werden wir gleich schön scharf anbraten so jetzt schneide ich noch die zwiebeln klein die tomaten und die paprika aber ich glaube da brauche ich jetzt nicht zu zeigen ich lasse das jetzt mal weiter laufen so wie ihr seht habe ich die zwiebeln klein geschnitten nicht in so ganz kleine stücke so grob gehackte stücke die reichen schon genauso die tomaten und auch die paprika alles so in gleich große stücke ja und jetzt werden wir erstmal ja das fleisch schon mal anbraten muss man wieder die kamera umstellen ne so kamera habe ich umgestellt das ding ist jetzt schon mega heiß und jetzt werden wir zuerst schön das fleisch anbraten ein bisschen brauchen natürlich an fett hier drin ist schon ein bisschen sehr heiß aber ist egal das kühlfleisch noch ein bisschen runter außerdem oh Junge außerdem möchte ich das fleisch möglichst scharf anbraten und da ist es ganz wichtig dann passt nicht zu viel von dem fleisch da rein ja nur die hälfte jetzt ja wenn ihr nämlich zu viel da rein macht dann zittert wasser aus und ihr könnt keine röstaromen da drinnen bilden ja und deshalb nur so die hälfte der menge und gleich wenn die hälfte angebraten ist und schönen röstaromen hat dann habe ich die andere hälfte rein ja und dann kommt das gemüse rein aber jetzt werden wir erstmal gucken dass wir hier mal hier wie schön schnell das funktioniert weil der hat schon richtig temperatur also das ist wirklich ganz wichtig dass ihr nur ein bisschen von dem fleisch in den katochen packt wenn er das jetzt in einem richtigen tatsch oben macht dann ist das nicht anders ja der wird halt nur anders beheizt aber ein gustopft ist das auch vielleicht kaufe ich mir mal einen aber ich habe kein geld im moment ich will nicht hören dass ich wieder knauserig bin wir können das ganze natürlich schon ein bisschen salzen und dafür habe ich so geräuchertes kalahari salz da braucht aber nicht unbedingt kalahari salz sein da kann jedes salz sein aber geräuchert kommt schon richtig gut rüber aber hängt ein bisschen fest aber hängt ein bisschen fest machen wir noch mal ein bisschen dampf unten drunter so so das ist die erste leile die nehmen wir jetzt schon raus das könnt ihr hier schon sehen ich hoffe die könnt ihr doch sehen ja schön mit Röstaromen genau so muss das sein so und dann kommt direkt die zweite lage auch noch rein und dann machen wir das natürlich nicht anders wieder ein bisschen von dem salz drüber und das riecht schon gut jetzt packen wir auch noch ein bisschen guck mal der ging schon das letzte mal nicht der scheißapparat ne boah krieg ich zu viel ne das habe ich mir da wieder gekauft ah da noch mal ein bisschen latt von dem pfeffer also da würde ich immer auf frisch gemahlenen pfeffer zurückgreifen ne also der 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 normale fein gemahlene pfeffer der ist doch kacke dafür ja schon allein wie der riecht ja boah jetzt werden wir das auch noch schön anbraten lassen und danach kommen die Zwiebeln rein genau ne warten wir noch einen Moment so ja das ist mal richtig schöne pfeffer oben und genau so muss das sein jetzt nehmen wir das auch noch aus das duftet schon einmalig ein kleines bisschen Margarine tun wir noch da rein das ist mal ein bisschen fett ja ja aber so und jetzt kommen die Zwiebeln ran boah ich liebe Zwiebeln das wird so ein geiles Bullasch das riecht schon jetzt so lecker kurz anrösten so gucken wir noch mal nach und wenn die Zwiebeln auch so schöne Röstaromen haben wie hier jetzt schon zu sehen dann kommen die klein geschnittenen Paprika dazu so die werden jetzt auch nochmal schön angeröstet nochmal ein bisschen von dem Salz drüber da können wir auch schon wieder von dem Pfeffer aus der Käsepfeffermühle komm Junge ich glaube ich mach da gleich mal neue Batterien rein ich bin so froh, dass ich noch Urlaub hab ich muss Überstunden abbauen ich bin aber auch ein fleißiger Teil wer viel arbeitet, der kann auch viel Urlaub machen so erstmal noch ein kleines bisschen warten und noch was so ich denke die Paprika haben jetzt auch schon gemütlich Röstaromen so und jetzt kommen noch zum Schluss die Tomaten rein die Tomaten zußen nicht vorher rein weil die sind ziemlich wässrig ja wie will ich sonst eine Paprika und eine Zwiebel Röstaromen kriegen wenn ich so wässrig die Tomaten rein tue und das genial ich freue mich jetzt schon ich freue mich jetzt schon so und jetzt kommt das Fleisch auch wieder dazu und wir gießen das Ganze dann mit Wasser auf nichts von dem guten Saft verschwenden hier deshalb noch mal kurz durchspülen ja, gucken wie viel ist das verdampft ja sowieso noch was ja und ja ich denke mal das ist genug jetzt schneide ich noch ein bisschen von den Gurken klein und die tun wir dann auch noch dabei lange Momentchen so Gurken noch dazu die Gurken sind richtig wichtig ja ich glaube ich könnte sogar noch ein Stück dabei tun ja ist doch eine ganze Menge eine habe ich noch so noch dazu jetzt habe ich eh keine jetzt hätte ich fast das Ding angefasst boah jetzt muss man nicht aufpassen so und das sieht jetzt im Grunde schon wirklich super lecker aus ja das Einzige was wir jetzt noch machen müssen ist Deckel drauf und gut naja anderthalb zwei Stunden warten ne und die Temperatur ein bisschen runter drehen ein bisschen Pfeffer tun wir noch rein boah das Ding geht mir so auf den Keks hier ja oh man hoffentlich habe ich noch Batterien da komm reicht fast hätte ich das vergessen hier das ist ähm Harissa Baste die habe ich jetzt ähm vom Türken unseres Vertrauens in der Firma bestellen wir immer Pizza ne gar nicht Pizza was richtig für den Schwachsinn Döner bestellen wir immer ja und der bringt immer so schön Harissa Paste mit ja und der macht immer so ein großes Pöttchen da freue ich mich natürlich immer super drüber ne nicht zu viel ganz so scharf mag meine Frau das nicht ja und ich kann eher hinterher nochmal was ähm nachwürzen als das dann nur raus zu holen die Schärfe so fertig so Deckel drauf und in zwei Stunden sind wir uns wieder ne erst mal Batterien in den Käse Pfefferstreuer machen da bis gleich so die zwei Stunden sind rum und jetzt werden wir mal schauen mal ein Handschuh anziehen ne dass ich das nicht wieder anfasse mit der Hände ja genau so soll es sein ich gebe es ehrlich zu ich habe eben schon reingeguckt ne und äh beim Abschmecken bin ich ja nicht so der Weltmeister das muss ich ehrlich zugeben das hat meine Frau gemacht ja und aber auf der Terrasse hat das die ganze Zeit schon so geduftet boah das ist oberlecker oberlecker so und jetzt müssen wir natürlich auch noch kosten eigentlich weiß ich ja schon wie es schmeckt ne ich nehme mal hier so eine so eine Schaufel boah wie das riecht hm weiß nicht kann man das sehen ich muss mal gucken hier boah das ist so lecker so hoffe ich jedenfalls ja meiner Frau ist das bestimmt zu scharf aber das kommt gleich machen wir erstmal wieder zu und umstellen ja jetzt kommt natürlich der wichtigste Part ne das kosten ja und ähm ey das riecht das ist einfach genial das Fleisch dürft ihr nicht zu sehr verkochen ne das sind jetzt ungefähr 1,5 2 Stunden gewesen und äh meine Frau hat das dann nochmal ein bisschen abgeschmeckt ich ich muss jetzt sagen ich hab ein bisschen Arissa Paste da drin und das ist für meine Frau ein bisschen zu scharf darf ich aber nicht sagen ja sie hat mich schon gefragt was wirst du denn da reingemacht ja und deshalb haben wir ein bisschen äh Sahne einfach nur reingemacht ne und das nimmt ein bisschen die Schärfe aber erst mal erst mal jetzt die Soße ey das ist so lecker das ist so lecker ich weiß dass meine Frau sagen würde das ist viel zu scharf ne aber jetzt noch ein bisschen von dem Fleisch das ist das ist ober genial ist das ich kann euch nur sagen das müsst ihr unbedingt mal nachmachen das schmeckt so klasse man kann wirklich geile Sachen auf dem Gasgrill machen und das muss nicht immer nur gegrilltes Fleisch sein ja draußen so ein Gulasch machen und der Duft der verströmt so überall ne da werden die Leute alle neidisch ne ja das war's dann für heute wenn euch das Video gefallen hat ne dann würde ich mich natürlich über den Daumen nach oben freuen einen schönen netten Kommentar da unten drunter das wäre auch nicht schlecht ne und ein Abo ne da unten einfach mal anklicken ja kostet nix ja und dann verpasst ihr auch keine Folge eigentlich wollte ich ja heute was ganz exotisches grillen ne hatte ich nicht gekriegt ich hab es bestellt aber ist noch nicht gekommen müssen wir dann leider verschieben auf das nächste Mal aber auf geschoben ist ja nicht aufgehoben ne das war dann für heute tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal